Liebe Zuschauer, vor einigen Wochen habe ich in Bonn den katholischen Medienpreis verliehen. Der Medienpreis ist für mich einer der Glanzpunkte im Jahr. Nicht, weil die Veranstaltung insgesamt besonders glamourös ist, so wie man es von ähnlichen Preisen kennt. Der rote Teppich wird hier nicht den großen Stars und den kleinen Sternchen der Medienszene ausgerollt. Nein, im Mittelpunkt stehen meist Beiträge, die die Schattenseiten des Lebens beleuchten. Beiträge, die die menschlichen Schicksale zur Sprache bringen, die im lauten Gewirr des Alltags verstummen würden. Mit dem Medienpreis wollen wir den Journalistinnen und Journalisten Danke sagen. Königskinder schildert die reale Geschichte von Ahmed und Alin, Bruder und Schwester, 12 und 13 Jahre alt. Die beiden sind Waisen aus Syrien. Vor zwei Jahren sind ihre Eltern in Syrien kurz nacheinander gewaltsam ums Leben gekommen. Ahmed und Alin träumen von einem besseren Leben. Ihr Paradies heißt Deutschland. In dem Artikel erfahren wir nicht, ob sie ihr Paradies je erreichen werden. Das Paradies, in dem alle Menschen reich und schön sind, wie Alin glaubt. Wir erfahren nur, dass sie in der Türkei Sklavenarbeit leisten müssen. Ahmed als Schrottsammler, Alin näht Fake Labels auf Kleidung. Beide schuften 14 Stunden und mehr am Tag. Ahmeds Hände sind schwarz von Öl und Dreck. Alins Rücken ist vom ständigen Korn im Schneidersitz gebeugt. Zeile für Zeile hat mich die Geschichte in die Welt der beiden Kinder hineingezogen, in eine Welt des Schreckens, der Brutalität und der Hoffnungslosigkeit. Warum diese Geschichte im Advent? Advent ist die Zeit des Wartens auf ein ganz besonderes Königskind. Wir wissen bereits heute, es wird schmutzige Hände bekommen, wie Ahmed. Aber es wird die Hoffnung wachhalten, wie Alin. Für Kinder, für Menschen wie diese beiden, kommt Gott in unsere Welt. Gott kennt ihren tiefen Schmerz. In Jesus, auf dessen Geburt wir zugehen, durchleitet er selbst diesen Schmerz. Das ist die Grundgewissheit des adventlichen Glaubens. Sie verbindet uns, egal wo wir herkommen und was wir mitbringen. Und wir wissen, Gott erhöht die Niedrigen. Gott stärkt die verloren Geglaubten. Das ist die Verheißung des Glaubens auf Weihnachten hin. Sie macht uns offen für Gott und füreinander. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit.